Im Halt gehören zu deiner aktiven Mission! Du kannst deine aktive Mission mit deinem Missionslock auf deinem Echo-Gerät ändern! So wird's laufen, Kammerjäger! Mein erster Mat Boom Boom wird dich umbringen! Jack wird uns bezahlen und ich spiele Häschenhüpf auf deinem Brust, Carsten! Jack wird uns bezahlen und ich spiele Häschenhüpf auf deinem Brust, Carsten! Und wie war dein Tag schon? Wir haben nicht viel geredet, wenn ich abkratzen lassen wollte! Hey, du glaubst du frierst dich dort draußen zu Tode? Eher nicht, vorher drehen sich die Banditen! Mein Tag? Der war ganz gut! Ich hab mir einen Pony aus Diamanten gekauft und ich bin reich! Nur damit du's weißt! Okay, bis dann! Timmy, unterkann! Deine Schwester kann den Platz noch frei versragen! Oh! Untertan, was hast du getan? Das waren Menschen mit Familien und Freunden und... Wir haben den Zug, der durch der Dust fährt, geheijackt! Wenn alles gut geht, sollten wir Sanctuary innerhalb eines Tages erreichen. Hyperion hat keine Truppen von New Haven abkommandiert, um uns zu verfolgen. Und ein Sandsturm hat ihre nächste Grenzstadt begraben. Wir müssen nur... Oh, verdammt! Alle weg von den Fenstern! Du hast eines... Ich zermörtre mir den Schädel, aber mir fällt einfach kein Name für das Diamantpony ein. Ich wollte es dir zu ihren Pissbirnen nennen, aber das ist irgendwie pubertär. Wie wär's mit... Arschgaul? Nee, das ist noch übler. Ich glaube, ich denk noch etwas drüber nach. Ich glaube, ich glaube, es ist noch etwas drüber nach. Ich glaube, es ist noch etwas drüber nach. Ich glaube, es ist noch etwas drüber nach. was bedeutet das verzeihung wie war noch ihr name was ist mit ihrem verfickten gesicht Was ist passiert? Er ist tot. Das bricht einem ja das Herz. Jetzt habt sie wenigstens was mit ihm gemeinsam! Oh, meine Fresse! Hast du ihren Kopf gesehen? Wie er so... Wahnsinn! Wilhelm, töte diese Wilden. Sehr stark! Oh, fuck! Hans, Tom Jack hat sie umgebracht, oder? Was für eine Jammer. Bring mir die Echos bitte her, wenn du dich dazu in der Lage hinst. Oh, okay. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das ist gemein! Ich spür mir alles! Ich spür mir alles! Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Aber erst, wenn ich aus dem Weg bin. Verstanden? Wenn du das Tor in den letzten Rappen schießt, könnte ich ernsthaft beschädigt werden. Also lass es. Ich steh nicht... Ich steh nicht mehr. Ich steh nicht mehr. ARD Text im Auftrag von Funk Interessante Reaktion. Interessante Reaktion. Stimmt's, Leute? Schnauze! Okay! Schnauze! Huh? Das erste Mal! Lasme eine Die Messe! Ha! Ah! Trap hat also einen neuen Freund, hm? Ich muss sagen, der kleine Schrotthaufen fehlt mir. Die Geräusche, die er gemacht hat, wenn wir ihn angezündet haben. Mir kamen die Tränen. 4. 7. 0. 8. 9. 10. 10. 11. 14. 15. 15. Das war's für heute. Oh, come on. 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 Oh, come on.